Es weht der Wind der Veränderung. Alle Menschen der Welt spüren, dass sich etwas verändert hat. Vieles kann man sich noch nicht erklären und vieles läuft unterbewusst ab. Die Menschen gehen weltweit auf die Straßen, der Schrei nach Freiheit, Gerechtigkeit, Frieden und Wahrheit wird lauter gegen Lügen, Unterdrückung, Spaltung und Ungleichheit. Wir befinden uns alle in diesem Feld der Veränderungen. Die Regierungen haben keine Antworten auf die massiven Umwälzungen, die stattfinden. Genauso wenig Wissenschaftler, prominente Künstler, wer auch immer, keiner hat die Lösung allein. Die einzige und naheliegende Lösung ist die, dass wir es alle tun müssen. Aber dafür brauchen wir euch alle. Solidarisch miteinander sein, uns gegenseitig unterstützen und zusammentun. Ungeachtet welcher Hautfarbe, welcher politischer Couleur wir sind. Sondern, dass wir uns von Mensch zu Mensch begegnen. Auch jedem Politiker, jedem System gehilfen. Die Natur ist in Kraftfeldern organisiert, physische und spirituelle. Darin die Felder der Menschheit, der Erde, des Universums. Seit Corona passiert etwas Besonderes mit uns. Jemand will uns wohl zeigen, dass die alten Systeme nicht mehr funktionieren. Sie sind schon lange tot. Jeder fühlt es. Dennoch versuchen wir, den toten Apparat wieder zu beleben, zu beatmen. Lassen wir doch lieber los. Man kann keinen neuen Wein in alte Schläuche füllen. Wir dürfen das Neue in Freuden erwarten, mitgestalten. Keine Energie verschwenden in das Alte. Nach schmerzhaftem Wehen folgt die Geburt. Und wir werden staunend stehen, dann tanzen und weinen vor Freude über die neue Menschheit. Klar haben wir jetzt Angst, Ungewissheit, was die Zukunft bringt, was wird aus mir werden. Aber wir benötigen kein anderes Heilmittel, keinen Impfstoff. Die Medizin der Natur heißt Verbindung. Wenn wir als Menschen verbunden bleiben, kann uns nichts passieren. Alle werden das fühlen. Danach aber, wenn wir das einmal gefühlt haben, am eigenen Leibe, die Verbindung mit tausenden anderen, danach ist es wichtig, dass wir das nie vergessen. Dass wir dieses Geschenk von oben immer wieder wachrufen. Dass wir es verinnerlichen. Dass wir unsere Seele damit nähren. Dass wir lernen, wie wir das tun. Denn es werden neue Situationen, neue Umstände kommen, mit neuen Herausforderungen. Daher müssen wir miteinander im Gespräch bleiben. Brauchen wir Workshops, Gesprächskreise, Theaterkreise, Musikkreise. Kurz gesagt, eine Methode der Verbindung in einer integralen Welt. Vielleicht können wir gemeinsam eine Methode erarbeiten, herausfinden, wie wir das am besten tun. Gemeinsam können wir lernen, wie wir miteinander innerlich verbunden bleiben. Also echt verbunden. Egal, was äußerlich geschieht und welche Umstände uns ereilen. Eine der interessantesten Analogien aus der Natur über Verbindung und Integration von Gegensätzen ist der Embryo. Er entsteht nach der Verschmelzung zweier absoluter Gegensätze. Der männlichen und der weiblichen Samenzellen, aus denen er vorging. Der Embryo hat gelernt, Gegensätze auf einer immer höheren Ebene zu vereinen und gelangt dadurch zu mehr und mehr Komplexität. Er bringt mehr und mehr spezialisierte Zellen, Gewebe und Organe hervor und integriert sie zu einer immer komplexeren Form, bis es zur Geburt des neuen Lebens kommt. Diesen Prozess nenne ich die natürliche Integrationsmethode. Corona und die lebensbedrohenden globale Krise stellen die Menschen vor die Wahl, bewusst zu erlernen, wie der Sprung auf eine höhere Entwicklungsebene gelingt. Und wie wir als integrale Menschheit endlich im Einklang mit der Natur leben werden. In beständiger Harmonie, die zu ewigen Frieden führt. So steigen wir immer weiter auf, endlich auf den Weg der guten Entwicklung, den wir jetzt beginnen können. Wir dürfen dabei nie vergessen, dass es der Weg der bewussten Integration von Gegensätzen ist, der uns auf eine immer höhere Ebene führt. Diese Gegensätze dürfen wir also niemals austilgen, obwohl sie uns doch so stören. Also niemals die Besonderheiten des Anderen, die Einzigartigkeit des Anderen unterdrücken. Denn die Unterschiede und Gegensätze sind doch gerade das Sprungbrett auf die immer nächsthöhere Ebene. Wenn immer mehr und mehr mitmachen, wenn wir uns gegenseitig unterstützen, dann werden wir sicherlich erfolgreich sein. DINTULUS Jeutes Begleis spann. Lots of Stit Blow. Vielen Dank.